ok und damit sei grüßt mein lieben zweigige nummer hobbits und endodem wir spielen ein weiteres game was ich auf steam für kostenlos gefunden habe wir spielen skatefrog skaterfrog skateboarden ok wir haben den coolen frosch hier um skateboards die wir spielen sollen und credit zum exit drücken wir mal auf start oha ich gehe mit der steuerung und gleich mit den fehl tasten die musik wird wieder extrem laut na toll kann man mich wieder nicht verstehen oder was die musik ist ordentlich laut dann sage ich halt einfach nichts musik ist heftig da versteht man mich nicht nicht was sagen ok machen auch kommentare wenn es das spiel so will das spiel ist nicht netzplayer freundlich stehe ich fest da muss man ein gameplay überzeugen was kann sehr gut machen muss mein gameplay überzeugen hier im display tasten ok so machen wir es hier beschleunigen wie soll das was werden ja was man relativ schnell handeln hier das ist ja glaube ich nicht wirklich von erfolg gekrönt das display kostenlose spiele halt auf steam abgrund gefallen ok müssen die plan also benutzen die kommen zu schnell die gegenstände es kommt zu schnell ouch versuchen wir es noch ein paar mal damit hier wenigstens drei minuten wieder draus wird versuchen wir es wenigstens noch ein bisschen ein paar mal oha ich habe glaube ich den dreh langsam raus doppel springen geht es vielleicht mit doppel springen das war zu knapp Oha, bis dann 66. Na komm, so ein bisschen können wir es doch jetzt schon. Oha, wie hoch können wir denn springen? Oha, ich habe einen sehr hohen Spunk geschafft. Sorry, die Musik. Genau die. Die Musik kann ich leider auch nicht anfassen. Oh, das war gar nicht so schlecht. Die Musik kann ich nicht anpassen. Die ist so laut. Ich kann nicht viel machen. Sorry. Oh, der Ball unter dem Ding ist jetzt ein bisschen... Ist ja wirklich hart. Ansonsten nicht schlecht, also wenn man es drauf hat irgendwann... Jaaa... Hübsch sieht es aus, das Spiel. Wie lustig sieht es aus. Ist ja kostenlos. Das ist kostenlos aufs Team. Könnte das andere mal selbst ausprobieren. Könnte Karte spielen. Ja, aber die Credits, die können wir uns noch angucken. Bestes, das ist 590. Das ist von Anfang. Überall würde man sagen, der mich nach oben sollte sich gefallen haben. Irgendwie lassen. Oder so ein kurzeres Video. Wir sehen uns bald mal wieder. Bis dahin. Ciao. Oh, ok. Kurz Credits. Ich dachte, das geht jetzt hier. Na dann. Bis dann und ciao. Bis dann. Bis dann.